Wolle ähm Amaline ist wieder aufzustehen, Wolle bitte Ihr sprecht englisch, ja Bruder ein bisschen Wolle Bruder, ich kenne ein bisschen witzig englisch aber mein englisch ist wieder ... Bär nicht gut und was ist euer ... euer Ziel, unser Ziel Bruders, schreibt die Kommentare, bitte Ja, Bruder, aber ich kann mit den Sofas, weil ich es so gut sehe. Ich kann es sehen. Wir brauchen eine Aufladekarte. Eine O2, hat sie gesagt? Ich weiß nicht. Guck mal, die Buchstaben sind dabei. Ach so. Ja. Dann schauen wir gleich weiter. Ja, wir fragen ihn dann noch. Dann... Achtung! Ja, ich muss da. Achtung! Achtung! Ja, ich muss da. Achtung! Ja, ich muss da. Ja, ich muss da. Danke, Bruder. Danke, Bruder. Leute, wir sind in Hanbach. Ich schreibe die Zwecke. Danke, Bruder. Danke, Bruder. Ja, das war's. Danke, Bruder. Danke. Danke, Bruder. Danke, Bruder. Danke, Jazakallah. Danke, vielen Dank. Für euch habe ich Chicken Berger und damit gebrasset. Respekt an euch, großen Respekt Jungs. Ich verfolge euch die ganze Zeit. Leon, Leon, Leon. Danke für die Sesse. Türkisch. Wollen Sie mal selber? Nein, Neustadtreich. Ich verfolge euch schon seit 1 Stunde. Wir haben auch schon lange gesucht, bis wir gefunden haben. Ich bin eh schon dahinten gefahren. Stübach, Braunbach, Hambül und jetzt hier. Ihr habt Hambach gesagt, dann wusste ich, dass ihr hier seid. Das ist einfach eine lange Strecke. Wir sind auch in Scheinfeld. Großen Respekt. Ich habe von England gesehen, ich habe Berlin gesehen. Ich sehe euch überall. Danke. Danke, Bruder. Ich habe Freunde in Nürnberg. Dann können wir uns ein bisschen mehr Essen. Aber ich muss auch weiter weiter arbeiten, sorry. Okay. Danke, Schönen Sachin. Danke. Danke, Schönen Sachin. Danke. Danke, Schönen Einer. Danke, siehle. Danke, MashaAllah. Böy, MashaAllah. Danke. Wie ist das? Was ist das? Das ist doch so gut, Mohammed. Der ist ein Arabisch. Das ist ein Arabisch. Alles gut. Aber ich bin 23 Jahre alt in Brichtonien. Ich bin ein Arabisch. Ich bin ein Arabisch. Aber es ist ein Arabisch. 4 Sprachen sind voll. Ich sage es, dass ich 23 Jahre alt bin. Das hat mir nur 8 Jahre alt. Wie sind Sie, frühe? Ich bin sehr gut. Ich frage mich, ich frage mich. Ich frage mich, ob jemanden spricht Türkisch über dort? So kann ich ihnen über die Daten, die Internet-Daten haben, die sie für dich verabschieden haben? Ja. Es gibt jemanden hier. Es gibt einen Deutschen, man kann ihn sagen. Ah, ich kann die Klasse. Hallo? Hallo, wie geht's? Ja, gut, gut, Bruder, bei ihm. Auch gut, danke. Spielst du türkisch auch oder nicht? Türkisch leider nicht, also ich kann nur Deutsch jetzt. Okay, ist okay, kein Problem. Onkel Ada braucht eine Aufladekarte. Er braucht Internet. Kannst du das für einmal machen, bitte? Ja, das kann man schon machen. Aufladen? Ja, bitte mach das. Er hat, ich denke, 0-2 hat er eine Karte von 0-2, sowas. O2 oder sowas? Nicht O2? Ja, ja, O2. Genau, O2, ja. Bitte mach das Aufladekarte, weil Internet ist fertig und er braucht ein neuer Internetkarte. Das war's. Alles gut, wir schauen jetzt auf den Weg. Bestimmt halt bei einer Tankstelle gibt's sowas auf jeden Fall. Das kann man schon kaufen. Ja, bitte. Ja, bitte, vergesst das nicht, okay? Nein, 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 alles gut. Alles gut, kein Problem. Das machen wir schon. Inshallah, Jalla, Bruder. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Hallo, liebe Freunde. Okay, Uncle. I talked about him. He understood me. So, yeah, I hope he will get it. They will fix it for you, Inshallah. Okay? We'll talk in the evening, Inshallah. Okay, Inshallah, Bruder. Alright, Uncle. Take care of yourself. Okay, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. There's aoi. There's a little Bravo. That's right, look. Punktball. Sue, war schon. Huh? It is. Vale. Lost. Ich habe ihn gefragt, wer ist denn nicht mehr wieder da? Ich habe ihn gefragt, ob er gut ist oder wieder da? Nein, ich glaube nicht. Da kann ich sprechen. Da kann ich sprechen. Ich habe ihn gefragt, ob er von oben unser ist. Anwachen! Wie kommen wir jetzt weiter? Wer fällt hier nicht? Wer geht schon? Wenn ich vergessen habe, er hat Rotmutter gekocht. Ich habe ihn nicht vergessen. Jetzt wird ein Block verhintendert. Nächster Schupe, wer ist das? Wer ist das? Das ist Florian, Mobiltelefon, du kannst Geld machen, Mrs. Gold. Jungs, könnt ihr aufladen, bitte. Ah, danke schön. Perfekt, danke schön, ich mach das. Also wir wollten jetzt gleich eigentlich da oben. Alles gut, danke. Danke dir. Danke schön. Das ist eine große Zeugung. Das ist eine große Zeugung. Das sind die Zeugung. Wie sieht die Zeugung aus? Nein, es ist hier mit dem Telefon. Aber sie müssen wir uns auf die Zeugung. Es ist hier die Zeugung. Die Zeugung ist nicht. Das muss man da nicht machen. Ich meine, muss man nicht zu machen. Ja, immer nur lassen wir sie. Lass sie auch so sehen. Du musst hier rechts rein. Der sagt das nicht. Da gibt es nichts. Doch, da gibt es nichts. Wir lassen uns auch nicht. Ich weiß, wie sagt jetzt noch nicht. Wir laufen unten. Heiter, steig drauf. Heiter, steigt ein. Heiter, steigt ein. Was ist mit euch? Ja, Richtung Nürnberg. Richtung Nürnberg. Richtung Nürnberg. Wir sind so 25 Kilometer. Richtung Nürnberg. Genau, ja. In Bayern. Ja, oder Bayern. Also wir kommen da eigentlich aus Bayern, aber wir sind nicht so bayerisch. So. Oder Heiter? Nein, was ist das? Ja. Ich muss erst mal sowas nach. Was los ist hier? Mhm. Guck mal, Albaner. Das ist so... Ich bin nicht mit uns zu sehen. Ich bin nicht mit uns zu sehen. In turn, life to stay on Bahnhofstraße. Bahnhofstraße? Nein. Meinung zu Albanern. Mensch ist Mensch. Albana selber. Eigentlich... Eigentlich... Meine Oma kommt aus Albanien. Wir haben nicht mal das Recht, meinung wegen nur Menschen zu sagen. Weil nur Allah kann das machen. Weil er hat Menschen erschaffen. Nein. Wo seid ihr? Ich hab noch nicht gleich gefragt. Wir sind gleich Neustadt an der Eich. Ja, du musst halt jemand Postleiter noch dazu sagen. 9141, Neustadt an der Eich. Wo ist Adam? Adam mit Löch. Ich hab keine Ahnung. Aber Englisch ist... A little bit better. Aber... Die ist Fußgut. Von Fahrrad. Deswegen... Die dürfen nicht mit Auto durchfahren. Die sind von anderer Seite. Aber wir werden ihn dann gleich wieder... Weißt du, was ich meinen Koffie angehaut habe? Wir gehen. Ich spüre, weißt du ja. Was ist das? Plastik. Hallo, Anno. Yes. But. Things are things. And this one. Wie bitte? Asat schreibt. Asat schreibt Kim. Wohle느 latt. Nicht Asat. Nicht Asat? Nicht Beheißulich? Muss's Einer. Wer sagt? Muss's Einer. Geh mal runter. Achmed Wohle Saarı Wenn du noch bist. Asat. Und eurem Sewer. Ich gewalt. Ich lauf gerade eine halbe Stunde mit uns schon anstrengend. Wohne ich doch mal lieber bis hierher von ihm. Bro, dann ist das anstrengend. Gebt nicht auf, Alter. Lass mich nicht aufgehen, Alter. Aber stehe vor, der Adam, wir gucken uns zu. Wir müssen links, dann rechts. Links, oder? Die Frage ist sicher. Aber egal, lass dich so hängen, wenn du dich so hängen kannst. Was machst du? Du gibst extra noch Kass. Damit Bruder schnell an sein Ziel bekommt. Komm, schick mal links. Das ist ein Werk, Alter. Ich schiebe nach hinten. Ja. Ja, ja. Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Wir sind schon da, im Neustadt am Berg sind wir gerade 91413 Postleiter. Leute, nichts mehr zu klagen, wir sind alle Menschen, Türken, Pakistaner, Araber, Kursen, Albaner, das Helm, Deutsche, egal was für die Natur, die sind alle Menschen, welcher Sesse? Neustadt, Andereich, 91413, wir brechen aber den Wagen so nichts bis jetzt. 200m, am Rundabout, continue straight to stay on Maagrafenstrasse. Wann ist Adam? Amja? In Nürnberg. 44km, wenn er noch keine Zwischenpause macht oder so, dann ist er in 2 und 31 Minuten in Nürnberg. Inshallah. Unser Bruder heute ist gerade mit uns. Und der Christian. Wer ist der Kladen? Ehm, wo ist der Kladen? Noch die Tür? Ich weiß nicht genau. Ich verstehe lassen die deutsche Kladen. Wo ist ein Kladen? Ein Kladen ist... No, in der Fahrt. I, but he coming. No, I think. Nein, nein, nicht Aisch. Mit A wird geschrieben, A, I. Ah, hat sein Englisch. Ja, ich kann nicht so mit dem nicht. Es tut mir leid, weil es ein E. Tut mir leid. Essentially, das ist es mit einem Schauspieler. Das war die Schauspieler. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das gibt einen Schauspieler. Die Schauspieler. Das ist der Schauspieler. Das ist gut. Das ist gut. Die Schauspieler von Schlag. Wieso wartet ihr hier? Warum? Ja, wo ist der? Was hat der gesagt? Wo ist der? Ja, der muss dann von vorne kommen. Ja, egal. Wir müssen in die Richtung. Jetzt müssen wir in die Innenstadt. Ja, hier. Warum? Ja, weil nicht, dass die auch von da selber kommen. Ja, dann wartest du halt. Ja, dann warte ich vorne, aber nicht hier. Ja, dann geht man hier. Ja, aber wie gesagt, dann warten wir hier. Rass dir mal Nuri mal bitte an. Nuri, du weißt, der redet immer viel. Komm bitte. Ja, also wir sind gleich bei Skaterpads, bleibt da. Ja, okay. Wir gehen mal ein bisschen vorne dann. Also... Haha, komm gleich. Ja, bitte, hier. Ja, warte hier. Ja, komm! Pass auf! Hier, wollt ihr trinken? Wo seid ihr? Wir sind in Neustadt an der Eich. Dann gibt man das nicht selber. So vieles. Binnen und 180. Ihr geht so, wie sie sind? Du bist Làm dran! Das ist 2.000 Euro! Nichts? Das ist 2.000 Euro! Das ist 2.000 Euro! Das läuft dort. Das ist ein Problem. Wie ist das? Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Alleikum Assalamur Rahmatullah Alhamdulillah I'm fine Alhamdulillah I'll go to the house Let's go Let's go The house The house The house The house The house The house It's too I'm gonna go The house The house Putsche-putsche Oh ja ja Okay So, na Putsche-putsche Putsche-putsche Passe los umara? Okay Ah Das ist das Das ist das Was ist das Das ist das Ich bin eigentlich nicht auf die anderen, sondern auf die Kälte. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß nicht, was ich mache? Ich mache jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt alles fertig. Ich werde jetzt 5-10-15 Kilo machen. Ich werde jetzt nicht mehr machen. Und dann? Ja. Und dann werde ich auf die Kälte machen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich werde jetzt die kleine Kälte machen. Ich bin einfach damit. Nach ich habe jetzt MarvinSON. Ich bin immer gleich beim Das ist ein Mensch, das ist ein Mensch. . . . . Daher ist der Kaffee, ja ein bisschen... Were, haben wir schon wieder auf? Ja, jetzt geht es. Herr, wer macht euch dazu? Warum wir hier der Kabel gehen? Mann, lass uns hier nennen. Jawohl, ich bin gespannt. Aber das ist ein Tücher nach ihm. Mach's, Mann! Schön, du bist. Schön, Mann. Mach's mir. Ja. Ja. Alles gut. 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 Heute werden wir heute 10 Minuten verbrechen. Ja, ja. Wenn es nicht fertig ist, dann können wir die Nackier wieder raus. Schön. Das ist keine Krse. Was ist sie? Hier ist es nur ein paar Krse. Okay, hier ist es immer noch. Ja, hier ist es. Ja, hier ist es nicht die Krse. Ja, ich muss die Krse anbieten. Ja, das ist ein Bach. Das ist auch so. Aber dass die Kursse oder die Kursse oder die die Ecke anwenden sind. Die Kursse, die die Kursse. Das ist aber auch die Kursse. Ich will die Kursse. Sie haben zwei mit dir. Ich komme damit zu den Kursse. Ja, ich kann das. Ich werde das nicht mehr sehen. Gut? Du hast einen? Alles gut. Das ist gut. Mit Französer. Ich schau es einfach. Ich hab den Gretchen und nicht so. Ich hab den Gretchen und nicht so. Ich hab den Gretchen und nicht so. Nein, das werden wir nicht. Ich muss es nicht aufpassen. Aber bitte. Alles klar. Alles klar, alles klar. Alles klar. Alles klar, ich muss was in der Nähe aufladen. Ja, nein, das war so! Das sagt der Leibung, oder? Ja, nein, das ist 16. Da sind wir nicht weg, aber wir müssen uns dann gleiche. Und wir haben einen einen Anfang mehr als wir. Denn dann kommen wir uns wieder zurück. Also 1000 Meter, dann werden wir wieder weg. Hahaha. 1-2-3-2-3-4-5-5-5-4-5-5-5-5-10-6-5-5-6-6-6. Das ist schon mal. Schade, ich brauchst dir das nicht in der Linie. Wolle! Du hast 15 Prozent. Bitte, ich bin mit ihm zu. Ich bin nicht bereit, das hier. Danke. Danke! Danke! Ich bin aber sicher! Warum? Putzen dir das nicht? Ich muss dir das nicht rauskommen. Ja, ich darf dich nicht rauskommen. Hast du etwas schlecht? Hast du etwas schlecht? Hast du etwas schlechtes? Was... Ich bereft dir die Runde. Yes? Ja, woher ich die Runde? Ich bereft dir die Runde und die Runde. Ich habe mich Dank! Was ist das? Was ist das? Das macht es gut. Du bist gut. Du bist nicht. Du bist nicht. Du kannst dich nicht hier aufhören. Du bist nicht in die Stadt. Du bist nicht in die Stadt. Ich bin nicht. Wir haben die Stadt. Aber das ist ja, da sind wir hier in der Stadt. Ja, das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Wir haben die Navigation, Alhamdulillah, wir haben die Navigation, Alhamdulillah, wir haben die Navigation, wir haben die Navigation, wir haben die Navigation, natürlich, mit Auto weiß ich nicht, aber ich bin nur einmal mit Fahrrad gefahren. Wie weiß ich das schon für mich nicht? Nicht lang, ich guck dir, ne? Nein, zehn. Zehn? Ja, Entschuldigung. Slide right onto Jean-Paul Alley, then turn right onto Margrath & Strass. Slide right onto Jean-Paul Alley, then turn right onto Margrath & Strass. Hi, Mama. Hallo. Dann reint auf den Strass, dann reint auf die Bamberger Strass. Ich habe das ein bisschen gelacht. Ein bisschen gelacht. Ist der schon in Nürnberg? Nein, noch nicht. Wir wissen noch dringend nach Nürnberg. Also nicht schnell. Wollen wir dann da links und dann auf dem Gehweg? Wer ist Adam? Bro. Hast du mich gefragt? Ja. Ja. Okay, brother. Nein, du bist zu verlauert. Hallo? Ja. So. Wer ist Adam? Ich kann gerade nicht. Wie lange möchte ich schon? Wollah seit 10 Uhr. Ich schwör auf meine Mutter seit halb 10. Ich schwör auf meine Mutter, ich schwör auf alles, was mir heilig ist. Halb 10, 10 Uhr. 20 vor 10 sag ich jetzt mal. Wollah. Das sind so 20 Kilometer für so 20 Kilometer. Mal. Mach du auch. Ich werde dir nöchter dann da ist. Zumal die letzten. Kann ich jetzt immer hinschreiben was wir nöchtern sagen wollen? Wollah die was ... Es ist schwer geworden, ja? Es ist zu schwer geworden, ja? Ähm... Es ist klar, noch. Danke schon, ja. Nichts, ähm... Du helppst mal los! Wie ist? Ich stelle schon. Äh... Geht hier auf dich? Ich weiß nicht, aber wir müssen gleich auf dich. Was sagst du? Wir müssen auf die Toilette. Aber du bist auf dich. Ihm, ich zeig mal was du machst. Ja, wenn du lustig sein willst. Ich sag mal was du machst? Wadda, wenn du lustig sein willst! Inlednungen der Ehre bründen Das Wort ernegt von uns. In der Name der Erlöse Veterans Das Wort, der Erlösse ist. Das Wort, der Erlösse ist nicht alle. Er ist nicht alle und herzunehmen. Der Erlösse ist nicht alle, die Echt die Menschen in der Ehrlöse are. Ich bin ein Mann. Er blickt mich. Was ist denn für immer? Jeder Muslim wird jetzt reich werden. Ich bin ein Mann. Kommt mal klar. Wir haben jetzt schon ein Mann. Wir können dieses Berg gerne teilen. Für den Bruder. Dass die Menschen... weitere Menschen unterstützen. Ich wünschte mir nur in der Stadt eigentlich. Also schon viele Muslime eigentlich. Aber vielleicht habt ihr nicht mitbekommen sonst. Die meisten mussten jetzt auf dieser Zeit auch haben. Ja, ich meine. Das ist gut, wenn die Leute immer teilen, weißt du. Weil da nichts mehr im Menschen. Mashallah. Wir sind fertig. Allahumma salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala. Und jetzt? Oh, mach. Van das Schoen! Also, bitte. Dann habe ich mich da. A-Salaam.